Polizeiberichte Berlin 15. Oktober 2023 Wenn du keine Polizeiberichte oder wichtige Meldungen der Polizei Berlin verpassen willst, abonniere unseren Kanal. Bericht, Auseinandersetzung mit Messer, Festnahme Nummer 1906 In der vergangenen Nacht nahmen Einsatzkräfte einen Mann in Prenzlauer Bergfest. Nach bisherigen Erkenntnissen ging gegen 22.20 Uhr ein anonymer Anruf zu einer bevorstehenden Straftat über die Notrufzentrale ein. Die alarmierten Polizisten und Polizistinnen fuhren daraufhin zur finländischen Straße. Bei den Ermittlungen zum tatsächlichen Aufenthaltsort des Tatverdächtigen sahen sie durch ein Fenster einen Mann, der auf eine Frau einschlug. Daraufhin drangen die Einsatzkräfte in die Wohnung ein und nahmen den 36-jährigen Tatverdächtigen fest. In unmittelbarer Nähe wurden zwei Messer aufgefunden, die beschlagnahmt wurden. Die 37-jährige Frau wies eine Stichverletzung im Bereich des Rumpfes auf und wurde von Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht aktuell nicht. Der Festgenommene wies Schnittverletzungen an einem Arm sowie im Gesicht auf und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, in dem ihm auch Blut abgenommen wurde. Nach seiner ärztlichen Behandlung brachten Einsatzkräfte ihn in einen Polizeigewahrsam, wo er dem ermittelnden Fachkommissariat der Polizeidirektion 3, Ost, überstellt wurde. Bericht, Radfahrerin von Tram erfasst. Nummer 1907 Gestern Abend wurde eine Radfahrerin von einer Tram in Prenzlauer Berg erfasst. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen soll die Frau gegen 18.30 Uhr mit ihrem Fahrrad die Tramschienen auf der Danziger Straße in Richtung Diesterwegstraße überquert haben, als sie von einer Tram erfasst wurde, die von der Greifswalder Straße kommend auf der Danziger Straße in Richtung Warschauer Straße unterwegs gewesen sein soll. Der 32 Jahre alte Führer der Tram soll noch eine Gefahrenbremsung durchgeführt und gehupt haben, konnte aber einen Zusammenstoß mit der 33-jährigen Radfahrerin nicht mehr verhindern. Die 33-Jährige erlitt Verletzungen am Kopf sowie im Bereich des Rumpfes und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 32-Jährige stand unter dem Eindruck des Geschehens und wollte sich selber in ärztliche Behandlung begeben. Seine Fahrgäste wurden nicht verletzt. Die weiteren Ermittlungen dauern an und werden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte. Der Polizeidirektion 1, Nord, geführt. Bericht, Einkaufswagen aus Hochhaus geworfen, Mordkommission ermittelt. Nummer 1909 Gestern Mittag kam es zu einem versuchten Tötungsdelikt in Krupiusstadt. Nach bisherigen Erkenntnissen soll eine unbekannte Person gegen 12.50 Uhr einen gebrauchsüblichen Einkaufswagen aus einem 19-stöckigen Wohnhaus an der Johannestaler Chaussee auf den Gehweg hin abgeworfen haben. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich vier Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 48 und ein Anwohner in der Nähe der Einschlagstelle. Es wurde niemand verletzt. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen wurden von einer Mordkommission des Landeskriminalamtes übernommen. Bericht, Raub im Juweliergeschäft Nummer 1910 Gestern Vormittag kam es zu einem Raub in Wilmersdorf. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen zwei Unbekannte gegen 11.55 Uhr ein Juweliergeschäft in der Mainzer Straße betreten und eine Angestellte in einen angrenzenden Raum gedrängt haben. Eine der beiden soll dabei eine Schusswaffe in der Hand gehalten und die 51 Jahre alte Frau mit dieser geschlagen haben. Im weiteren Verlauf sollen die Männer Schmuck sowie Geld an sich genommen haben. Als die 51-Jährige sich lautstark bemerkbar gemacht haben soll, soll das Duo mit der Beute aus dem Laden gestürmt, in einen bereits wartenden Wagen gestiegen und geflüchtet sein. Die Mitarbeiterin klagte über Schmerzen an einer Schulter, lehnte aber eine ärztliche Behandlung ab. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2, West.